So, hi Leute! Herzlich Willkommen zu meinem zweiten Let's Play nach Silent Hill ist jetzt Red Steel 2 dran, wie man hier sehen kann Schwertkampfspiel von Ubisoft mit V-Motion Plus ein kleiner Schwertkampftraum war für die meisten, wie auch für mich und ja, wird wieder blind das habe ich erst am Morgen erhältlich, bin mir nicht ganz sicher vielleicht hatte ich Glück und ja, Schwertkampfspiel mit V-Motion Plus mit Pistolen, halt wieder der erste Teil nur ohne Japaner und Yakuza und Frauen also einfach ein bisschen männlicher vielleicht Ok, Red Steel 2 Ich denke dieses Mal werde ich das Ding echt anlegen, diese Handschlaufe da ich nicht weiss, wie das genau... oh Gott, das habe ich so lange nicht mehr... ok Automatische Speicherfunktion immer in der rechten Hand aber das ist so fest wie ein Schwert uuuuuh nein Ubisoft da was zum... ok, wir haben nichts gesehen, das kann passieren, das... Laserdisc, das kann ja sein so, da haben wir... ja ok, hatten wir unseren Helden Red Steel 2 ok, die Handgelenklaufe stört mich jetzt ein bisschen so leerer Platz hm so, ich denke mal soll es riskieren? hm da ich... da ich mache Mittel, so immer so am Anfang Mittel, neue Spiel Mittel so Optionen Untertitel schalten wir mal an Anleiten... nein nein, 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 ja nicht Kapitel, Optionen... ich bestalte einfach mal das Spiel Legit... aha, ja jetzt müssen wir das kalibrieren jawohl jetzt können wir... los... slashen ok, das ist die Szene vom... Trailer sollte man kennen wenn man jetzt da von diesem Motor aus weißt du das nicht dir hinterher? das wäre toll erspart mir die Arbeit ne, deutsche Syncher hätte ich nicht gedacht obwohl ich... das ist Ubisoft direkt in die Fresse ich kann gar nichts machen ok, ich kann gar nichts machen ok, ich kann gar nichts machen wieder so oh scheiße cool cool ich hätte jetzt einfach hier ein bisschen herumgezogen ich kann gar nichts machen ich kann gar nichts machen das muss weh tun ich will das nächste Spiel wer ist das denn der? oh oh ich kann gar nichts machen das sagt er jetzt das sagt er jetzt ich kann gar nichts machen gut, den Unfall haben wir also überlebt wäre auch sonst ein bisschen komisch der Hut sitzt auch noch nach der Wirbelfahrt nach der Wirbelfahrt hehehe wie poet das war auch poetisch ok, so bewege dich mit dem Stick finde deine Waffe ok, da haben wir unsere äh sonst nur das Revolver mit B schiesst man machen wir ein bisschen Kleinholz sammeln Cash oh cool das Nachladigeräusch kommt aus der Remote wie poetisch so ein bisschen Alkohol verschüttet man kann ja eigentlich alles zerstören die scheinen mich zu jagen die scheinen mich zu jagen wie kann ich nachladen Minus ja los, aha nein komisch ok die Steuerung ist ok so springt man aber mit A ist so ein kleinen so ein ein Dash wo ist da viel Geld was was doch auch im echten so einfach wäre jetzt gehts blitz riesen sprung wow wieso bedienst fett und dich nicht ach ich mach dich auch so fett wie ist denn der ist der ist der ist der das ich hoffe dass der ist das ist das der das was du ich weiß du Ich habe jetzt echt keine Lust mehr, alle Flaschen zu erschießen. Cooler Stadt.